Wir wissen nicht, wo Malik ist. Ist er nicht zu Hause? Wir sehen nach. Malik! Haben Sie meinen Bruder gesehen? Wenn Sie im Radio davon reden, weiß die Polizei garantiert was. Es muss dafür eine Erklärung geben. Ihr Bruder Malik ist heute Nacht in einem Treppenhaus aufgefunden worden, wo sein Tod festgestellt wurde. Ich habe ihn gesehen. Sie haben ihn übel zugerichtet. Warum? Sie werden mir meinen Sohn nicht mehr zurückbringen. Wir erwarten nicht, dass Sie uns Malik zurückgeben. Wir erwarten Gerechtigkeit, Mama. Gerechtigkeit für Malik! Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020